wird wahrscheinlich noch einen kampf geben wir sind sechs level gestiegen einfach mal in der zeit es ist nicht weit weg eine Welt in der keine Angst haben die Zeit wird nah unsere Wille wird bald getan erst wird es das Thema Monado Zanzer, die Zeit ist auf uns. 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 Aber bei Bosskämpfen ist halt Schulk am besten. Wir haben das gerade noch so überstanden. Und Sansa hat Mechonis zerstört. Ich denke mal, Sansa ist auch sozusagen der Oberbösewicht. Vielleicht können wir Egil noch umstimmen. Und den Angriff abblasen lassen und generell irgendwie verbinden wir uns, um Sansa dann hinterher aufzuhalten. Wir waren Bösewicht hinter dem Ganzen wahrscheinlich. Und jetzt einen Knapp. Und jetzt einen Knapp. Und jetzt einen Knapp. Es geht um. Und jetzt einen Knapp. Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe noch einen I-Ru-Lay. Gehen... Darunter fahren Wenn das schon so viel Schaden macht Und dann nur noch Einschläfern Aber es bringt ja nicht viel Ätherraub Zielerfassung aber die Feinde in Sybilin nimmt und sie herausfordert Ich weiß genau das Richtige Tut das Und dann habe ich vergesst, dass ich das mal ziehen Hier kann ich eigentlich alles verbessern Und dann Drei 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 Der hat ja noch einen. Das macht sogar mehr Schaden. Und dann Erschlag. Aura hat die Schwächung löscht und hasst gewählt. Braucht er mich wirklich? Ja. 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 Das ist nun der Combo. Die Kolbenbranne waren eine gute Idee. Bäm, alles weg. Das ist die ultimative Attacke halt, ne? Bäm, alles weg. 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 Bäm, alles weg.